Bei den Autofiltern hatten wir eben gesehen, dass man maximal zwei Kriterien eingeben kann für ein Feld. Hier ist für die Textspalte angegeben, dass entweder Öl oder Strom eingetragen ist. Heizölrechnung und Stromrechnung tauchen dann auf. Aber wenn ich jetzt ein weiteres Kriterium dazu nehmen möchte, zum Beispiel Superbleifrei oder Super, um auch Energie für das Auto mit in der Liste anzuzeigen, dann geht das mit dem benutzerdefinierten Autofilter nicht. Ich breche das ab und schalte zunächst die Autofilter ab und definiere jetzt meine Spezialfilter. Wichtig ist dabei auch, dass man wieder innerhalb der Tabelle steht. Wo, das ist also gleich. Dann gehe ich auf den Trichter und suche hier in der Befehlsgruppe Erweitert. Damit kann ich dann die komplexen Kriterien eingeben. Die Daten stehen zwischen den Zellen A8 und H101. Das ist also der Listenbereich und der Kriterienbereich. Der wird hier oben gewählt. Dafür habe ich schon die Überschriften hingeschrieben und auch die drei Kriterien. Die sollen auch gelten, die ich eben schon genannt habe. Wichtig ist, wenn man solche Kriterienbereiche definiert, dass die Begriffe hier in der ersten Zeile identisch sind mit dem, was hier unten steht. Die Reihenfolge spielt da keine Rolle. Ob das Konto dann hier vorne steht und der Lieferant hinten, anders als hier in der Liste, das ist also hier unerheblich. Aber die Schreibweise muss identisch sein. Jetzt habe ich im Kriterienbereich diesen Bereich genannt. Und wenn da noch keine Kriterien stehen, wie hier bei Konto und Rechnungsdatum, dann werden alle Datensätze durch das Filter passen. Aber unter Text steht Heizöl oder Strom oder Super. Und im Augenblick ist das so eingestellt, dass ich an gleicher Stelle filtere. So wie das ja eben bei den Autofiltern auch der Fall war. Und ich klicke jetzt auf OK. Und ich sehe hier die entsprechenden Datensätze. Super bleifrei. Hier haben wir Heizöl und hier haben wir auch die Stromrechnung. Und diese drei Kriterien sind also hier jetzt in der Liste enthalten. Mithilfe dieses Spezialfilters für die Buchungstexte habe ich Heizöl, Strom und Super, also die Energierechnung, rausgesucht. Jetzt interessieren mich aber nur die Beträge, die in der Spalte Brutto stehen, die über 50 Euro liegen. Also schreibe ich hier oben in den Kriterienbereich größer 50. Und das muss ich auch für die beiden anderen Zeilen wiederholen oder kopieren, weil das, was in der gleichen Zeile steht, das ist unverknüpft. Wenn ich hier unten nichts hingeschrieben hätte, dann wäre der Betrag, der Bruttobetrag bei Strom oder Superrechnung beliebig. Wenn ich jetzt diese Kriterien geschrieben habe, dann muss ich noch dieses aktualisieren, indem ich hier wieder auf Erweitert klicke. Der Listenbereich ist immer noch der gleiche und der Kriterienbereich geht immer noch von A1 bis G4. Wenn ich auf OK klicke, dann sehen wir, jetzt sind nur noch Bruttobeträge über 50 Euro in der Auflistung enthalten. Jetzt will ich die Benutzung des Spezialfilters noch weiter treiben. Mich interessieren jetzt nur die Rechnungsdaten aus dem zweiten Quartal 2007, also hier hinten die Oktober- und Dezember- und Märzwerte nicht. Deshalb habe ich hier zweimal die Spaltenüberschrift Rechnungsdatum hingeschrieben, weil ich muss ja beim Datum die Unter- und die Obergrenze angeben. Für die Untergrenze schreibe ich größer gleich 1.4.2007 und für das Ende-Datum, also für die Obergrenze, kleiner gleich 30.6.2007. Und das kopiere ich mir, weil das soll auch für die anderen beiden gelten. Das hat sich noch nicht geändert. Hier unten stehen immer noch die Oktober-Werte, aber wenn ich dann auf den Trichter klicke und auf Erweitert und wähle hier OK, dann sehen wir nur noch April, Mai und Juni-Werte sind in der Liste enthalten. Bisher hatte ich mit dem Spezialfilter die Daten immer an gleicher Stelle gefiltert. Sie sehen das daran, dass hier die Zeilennummern fehlen, wo Datensätze stehen, die diesen Kriterien, die hier oben definiert sind, nicht entsprechen. Ich möchte jetzt aber noch eine andere Variante zeigen. Und zwar sollen die Datensätze, die wir hier sehen, an eine andere Stelle kopiert werden und hier soll die Liste immer vollständig sichtbar bleiben. Dazu gehe ich hier auf den Trichter und wähle erstmal Löschen aus. Damit habe ich die alten Filtereinstellungen gelöscht und dann wähle ich aus, über Erweitert den Listenbereich. Den kann ich so stehen lassen, A8 bis H111, das ist immer noch. Der Kriterienbereich zwischen A1 und G4, der ist auch noch der gleiche. Aber ich möchte jetzt die Daten an andere Stelle kopieren. Und dann reicht es, wenn ich auf die Zelle klicke, die links oben stehen soll, in der Auflistung mit den Datensätzen, die an die andere Stelle kopiert werden sollen. Nämlich die, die diesen Kriterien entsprechen. Ich habe die Stelle J3 markiert und klicke auf OK. Und wir sehen, dass die Daten, die wir eben noch hier gefiltert hatten, die stehen jetzt an anderer Stelle.